Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 5. So, wir sind hier stehen geblieben. Oh, okay. Einer von meinen Leuten ist 100% durch die Brücken runtergeflogen. So, wir haben auch schon Fremden und Freaks. Ja, wir müssen Autos abschleppen. Tun wir mal normal joggen hier. Wir laufen. Ist gesund für dich. Mach den Kopf frei. Doch, du gehst zu Fuß, oder? Stimmt, du gehst zu Fuß, ja. Ah. Boah, das hat ja noch ungewirbelt. Sonntagsfahrer! Das tat weh. Entschuldigung. Ich bin noch ein bisschen erkältet. Furchtbares Wetter zur Zeit. Okay, da sind wir. Ja. Da ist der Abschlepphof. Kenne ich sehr gut. Wurde öfters mal in die Karre abgeschleppt im Online. Ja, so Nachrichten werdet ihr öfters mal sehen. Was Leute hier rumschreiben, also an Missionen machen. Und folgt uns noch. Ja. Gut. Ja, Cha-Ching, genau. Komm mal rein, du doofer Kuh. Willst du los da außen rum bist du doof? Komm, steig ein. Ich hab nicht mehr verfolgen können die einen. So geht's hin. So geht's hin. So geht's hin. So geht's hin. Well, dann geht's hin. Dann geht's hin. Dann geht's hin. Ja, hi Tanya, Car the Junker, been there every day, 10-7, oh God. A bucket, this one should be easy. She and not easy enough for JB to drag his ass out of whatever crack house he layin' in. His loss, yo gain, sugar. Except I ain't gain a shit, sugar. Move that seat back, can you know I'm making it right for you? That ain't what I'm saying. Hey, yo, time will pay. What happened to you? Car the Junker. Also, es ist egal, es ist eh ein Abstabwagen. Okay, da ist irgendwo die Cara. Das sieht man hier auf der Charta. Von daher. Halt. Jetzt zieh dich. Das ist die Cara. Ja, Lenkungsverdreht. Geh weg. Es gibt länger im Schraubkarriere für dich. So, schon haben wir den Kahn, ähm, Haken. Auf dem Weg, Abschleppdienst. Tun sind wir die. Was? Und da sind wir abgeschleppt. Weil es sich schon hat, warum hier viel NEGA gesagt wird. Das sind Schwarze, die dürfen das untereinander sagen. ich habe ja die aufgaben sind der fremden freaks aber da diese kennen ist es halt freaks aber die rolle ist ein freak aber okay so eine quecksüchtige olle da ist klar ja konnte hinkommen da vorne hier das ja ja ist gut ja silber wieder geschafft immerhin schnellere zeit besser war ja ja doch kann ich ich habe jetzt ab machte werden es geht hier ja es gibt uns auch verfolgungsjacken coole sache jetzt einfach einer aus dem auto abgehauen dann ist das kein diebstahl ja hallo das ist doch kein diebstahl wurde stehen gelassen ich war es nicht abgekürzt scheinbar dass ich so gut wie die meisten missionen mache dort eingeführt ihr kriegt mich nicht nicht lebend und schoss hier am rand kann ich noch ein bisschen fahren irgendwo ist jetzt gott die karte wasser gesetzt ich muss hier weg ok wenn die wollen los geworden da oben sind schon war noch wieder fremde und freaks ich glaube alle habe ich noch nicht gemacht ach so ich habe eine sms herbekommen ok und habe schon wieder neue karte schön knacken ja ich weiß dass du aufgeknackt wurde das alarmanlage kann natürlich aufmachen normal licht nebelstandwerfer ein verschiedener eigenes geschehen der hat gerade fahrt geklaut fahrt geklaut hau bloß ab du penner ja macht dann bist du immer das richtige irgendwann werdet ihr belohnt den bringen wir jetzt schon wieder also ich habe bis jetzt immer irgendwas zurückgebracht geholfen bitteschön kein problem kein problem ja es kommt immer wieder zufällige ereignisse wenn so wie ein roter punkt ist oder kurz auf blitz und blauer punkt kommt und so das heißt die karre ist ja da vorne ja da kommt schon coole zufällige ereignisse mal what the fuck hallo was ist jetzt los boah habt ihr bescheuert oder so oha scheiße leute hey das ist oh mein karl ich habe die geklaut verdammt und die reifen sind zerschlossen ich muss hier abhauen fuck oh shit ihr seht schon karl völlig lächer gerade ein reifen hat sie zerlegt und die fahrphysik ist schon wieder von einem Eimer dafür was war die chaos ich sage klaut habe verdammt kacke also ich werde auf jeden fall zwischenspeichern muss ich immer mal wieder machen geht auf jeden fall schnell mit den gangs habe ich bis jetzt nicht gehabt dass auf einmal welche kommen das ist mir jetzt neu entweder wurde das neu gepatcht oder keine ahnung oder ich habe es echt nicht mitgekriegt oha what the fuck du arschloch oh leute habt ihr es gesehen oh 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 ich Ja, besagt dein Auto. Ich nehme mal die Karriere. Das Rennen wird schwer. Ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft gehabt. Ich habe es irgendwann übersprungen. Aber es ist nicht leicht, auf jeden Fall. Kann man aber wiederholen, jederzeit, wenn man eine Art in die Karriere aufgetunet hat. Würde ich dann eh mal später machen. Oh, Blitzstart, yeah. Ja, genau das meine ich so, weil es ja Verkehr ist hier. Ja, viele von euch können es auf jeden Fall besser. Ich bin da nicht so gut drin. Sogar extrem schlecht. Das ist ein Windschatten. 2 von 2. Okay. Gut, die letzte Runde. Ich bin ein bisschen Müllgeber, kann ich es vielleicht schaffen. Aha. Aha. Verdammt. Na genau. So, wird es auf jeden Fall nichts. Na, wie ich die ausschert. Kann ich voll vergessen. Ich kann gar nicht schlecht aus, aber ich bin halt nicht super. Voll schlecht. Ja, nee. Dann wird nichts. Krieg ich mal Bronze. Ja, fuck. Ja, ich hab nicht gewonnen. Ich muss jetzt noch ein paar Mal versuchen, bis es anzeigt, ja, ich kann es überspringen. Ich würde mich mal gescheit hinsetzen. Mal schauen, dass ich mir ein bisschen Mühe gebe. Speedstart. Geht weg. Ich muss halt ein bisschen vorsichtiger fahren, weil die Scherz schon... echt ordentlich aus, die Kar. Was zum... Ein Checkpoint verpasst natürlich. Scheiße. Ah, komm schon. Ja, das ist auch mies. So kann ich eh vergessen. Mal schauen, ob ich die aufhole wieder. Guck, das ist eh die erste Runde. So, was ist scheiße. Hallo? Wo bin ich denn da bitte hängen geblieben? Ach, scheiße. Das ist richtig scheiße. Boah. Boah, wie die schiebt, ey. Oh, das ist irgendwann nachher hängen geblieben? Das bewegt sich gar nicht, da kommt scheinbar nicht weiter. Ich werde aber bestimmt nicht rammen, um den rauszukriegen. Ich glaube, da kommt schon was selber raus. Ja, das war schon. Fuck. Oh, toll. Ja. Ach, komm schon. Aber häng ich jetzt fest? Ja. 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 Ja, Leute. Ne, die Runde wird auch wieder nichts. Ich bin eh gleich im Ziel, glaube ich. Ach, kommt schon. Ja, das ist beim ersten Mal auch so gewesen. Irgendwo bleibe ich da immer hängen. Hier ist auch mies, die Stelle. Entweder ich fahre da in der Mitte durch oder bleibe hier hängen. Oder da rum und da irgendwo hängen. Ja. Ich weiß, dass ich nicht gewonnen habe. Ich glaube, noch dreimal oder sowas. Den kann ich überspringen. Irgendwie so. Versuchen wir es trotzdem nochmal. Mit der gescheiten Karre. Mit gescheiter Lenkung und alles. Die es ja ausschert. Das ist alles besser machbar. Aber. Boah. Ich hasse diese scheiß Strommasten. Was ich auch da immer hängen bleibe dran. Ich weiß, dass ich Windschatten bekomme, wenn ich in den anderen Wagen fahre. Bringt mir aber gerade nichts. Oh, nicht schon wieder. Ich bin auch so nah vorbeigefahren und er hat das nicht eingesammelt oder was. Und jetzt, wo ich zurückgefahren bin, hat er das schon gemacht. Ey, das hasse ich. Wollte ich ein bisschen schneller rumkommen. Aber nein. Muss ich natürlich den Weg nähern. Ist auch wieder so lächerlich. So. 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 Für die eine K. Was konnte ich kaputt machen. Oh, komm. Oh, komm. ja ich mag auf jeden fall die strecke nicht die 60 leicht für mich auf jeden fall genau umgedreht alles klar danke schiebt mich an cool ich weiß nicht ob man gewinnen muss also erster werden muss oder nicht ich glaube ich war mal vierter oder dritter und hat auf jeden fall fehlgeschlagen aber kommt schon ich glaube dritter wäre schon optimal ich glaube dann funktioniert es auch erst mal hinkriegen natürlich nicht geschafft ich habe nicht gewonnen oh mein gott ja ein bisschen überspringen ja wurscht dann wäre so die gewinnerszene gewesen jetzt hier kommt jetzt oder bestanden überspringen naja bronze naja immerhin ja das sind auf jeden fall das straßenrennen freigeschaltet dadurch man muss halt immer was machen um die teile freizuschalten hau hau was glöcken läuft immer irgendwann rein ok alles klar digga gut aber bevor wir jetzt hier weiter machen machen wir hier nochmal einen cut und sehen uns gleich wieder vielen dank fürs zuschauen und bis gleich euer schilder mask das jetzt das 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 das